Ja, guck mal, da musst du reingucken, hier. Wo? Siehst du den? Ja, und dann? Ja, dann musst du einfach reden und allen Sachen machen. Hi, ich bin's wieder, eure JJ. Und ich hab heute für euch einen Ehrengast. Und zwar ist das die... Miley. Genau, die Miley. Und wir machen heute zusammen den Haustitel. Juhu! Und ihr habt mir und Miley die Fragen auf Instagram gestellt. Und den werden wir jetzt beantworten. Und ich würde sagen, Miley, wir fangen direkt an. Ja. Hast du mein Handy? Was für ein Haustier ist dein Hund? Hä? Also mein Haustier ist ein Hund? Ja, ach nee. Äh, ja, mein Haustier ist ein Hund? Ja. Was ist das für eine dumme Frage? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaub, die Frage hab ich selber gestellt. Merkt man. Warum? Ist doch eine gute Frage. Nein! Welche Rasse ist dein Hund? Ja, Miley, was bist du? Chihuahua. Ja, sie ist ein Chihuahua. Ein kurzer Chihuahua und eher gesagt ein Mini-Chihuahua. Miley, warte, es tut mir wirklich leid. Uah! Ey, was machst du? Sie ist ganz klein und sie bleibt auch so klein. Ey, mir wird schlecht. Und Miley, du ziehst meine Extensions raus. Du warst das. Ja, du warst das, nicht ich. Du bist da dran gezielt mit deinem Fuß. Nein! Doch. Wie heißt sie? Ja, sie heißt? Miley! Genau, sie heißt Miley. Den haben wir schon vorher gesagt. Wie alt ist sie? Miley, wie alt bist du? Ein Jahr! Genau, sie ist ein Jahr jetzt geworden. Ah, meine Füßen tun weh. Ey, ey, nehm mich wieder hoch! Oh, sorry. Oh! Woher hast du sie? Ja, Miley, woher kommst du? Ähm, von... Ähm... Ähm... Ich weiß auch nicht mehr genau. Ähm, warte. Wie das zieht? Ähm... Mir fällt es nicht ein. Oder so? Nein! Irgendwie Schwarm! Ja, Schwarm! Ja, ne, Schwarm stimmt. Ich hab sie nicht von einem richtigen Züchter... Also ich würde nicht sagen, dass er ein richtiger Züchter war, sondern... Das war so eine Frau, die hatte da halt Chihuahua-Welten. Die hat auch Chihuahuas da gehabt. Ähm, also Vater und Mutter und so. Aber, ja. Ja, andere Frage. Was hast du gedacht, als du sie das erste Mal gesehen hast? Was ist das für eine? Also... Dein Ernst? Ja! Dein Parfüm? Ihhh! Ja, sorry, aber Parfüm mag ich und das riecht auch gut. Nein! Nur weil du immer noch bunt stinkst. Stink ich gar nicht. Auf jeden Fall hab ich gedacht, oh, die ist ja voll süß und so. Bin ich ja auch. Aber sie hatte irgendwie sehr viel Angst. Ja, normal vor dir! Kannst du mal kurz deinen Mund halten? Nö! Und ja, ich fand sie sehr süß. Und was hast du gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Ich hab gedacht, ach du Scheiße! Okay, danke. Warum hast du ausgerechnet sie genommen? Weil ich die Süßeste war. Weil es war noch ein anderes Mädchen-Baby da. Ach so, übrigens, die ist ein Mädchen. Ja, ähm, es war noch ein anderes Mädchen da und die war so grau-weiß-braun und etwas größer und ich wollte ja einen ganz kleinen Hund. Und immer wenn man den anderen Hund auf den Arm genommen hat, hat der gepinkelt und ich dachte, scheiße. Ja, das war voll die Pissnelke. Ja, richtige Pissnelke war das. Das war eklig! Ja, das glaube ich dir auch. Das hat auch bestimmt genervt. Ja, beide Hunde hatten sehr viel Angst irgendwie. Aber ich weiß nicht. Miley hatte so komisch geatmet. Deswegen habe ich zuerst überlegt, ob ich lieber die andere nehme. Aber dann dachte ich, nein. Ist egal, ob sie so atmet. Ich nehme einfach sie und fahre mit ihr zum Tierarzt. Kann sie etwas Besonderes? Ja. Nein. Doch! Ja, was kannst du denn? Ich kann alles. Ja. Toll. Ja, kannst du noch irgendwas? Ich kann sehr viel. Ich kann alles. Du kannst nichts, Miley. Miley, sie ist ein. Was machst du am liebsten mit ihr? Also, am liebsten, ja, kuschelig mit ihr. Und du, Miley? Ich esse am liebsten. Ja, aber wir essen ja nicht zusammen. Ja, aber du gibst mir. Ja. Also, Miley, es ist super toll, dass du am liebsten machst, dass ich dir Essen gebe. Würdest du ihr Fell... Oh! Würdest du ihr Fell pink färben? Nein. Oder? Also, ich würde es cool finden, aber ich glaube, es wäre auch ein bisschen komisch. Und... Weiß nicht. Also, ich glaube, das ist ein bisschen die Quälerei, oder? Bellst sie viel? Nein! Ja, es geht. Ich bell gar nicht. Ja. Du bellst manchmal, wenn es klingelt und so. Was ist sie am liebsten? Ähm, ja, was ist du am liebsten? Alles! Alles. Macht sie oft Blödsinn? Ja. Nö! Müll! Nein. Es geht. Nee, eigentlich nicht so. Manchmal, wenn ich weg bin, dann räumt sie den Müll aus. Das ist immer Shirleys Idee. Ja, okay, das ist immer Shirleys Idee, aber du machst trotzdem mit. Also, Shirley ist mein anderer Hund. Das ist auch ein Chihuahua. Shirley macht das immer. Ja, sie macht das, aber du bist immer mittendrin und wirfst Eis durch die Gegend. Ja. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr noch mehr Videos mit mir und Meili wollt, dann schreibt es mal in den Kommentaren. Schreibt es in die Kommentare. Und, ähm, ja, vielleicht machen wir mal eine Challenge oder so. Und hier ist mein letztes Video und hier ist mein vorletztes Video. Ihr könnt gerne mal raufgehen. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Pau! Meili sagt Tschüss. Tschüss! Tschüss! Aua, meine Füße. Aua. So sagt Tschüss. Tschüss, Leute! Oh, das war Prinzessin-Like.